Wenn du die Frage richtig erwähnst, kriegst du keinen Schaum auf den Kopf. Wenn du die Frage falsch erwähnst, musst du leider den Topf auf den Kopf nehmen. 20 Sekunden. Und wer hat also die Welt erschaffen? Wer hat also die Welt erschaffen? Das ist die Frage. Wer hat die Welt erschaffen? Wer hat die Welt erschaffen? Die Welt hat Gott erschaffen. Nein, falsch. Lass mich noch mit einem Schaum. Oh, oh, Schatz. Die Meteoritenknall-Ding-Klall. Nein, falsch. Ich. Wieso du? Wieso denn du? Nimm den Hut. Nimm den schönen Hut. Nimm den Hut. Nimm den Hut. Doch. Ich muss das draufsetzen. Warum hast du das jetzt nochmal gemacht? Nein, weil ich nicht weiß. Oh, ey. Nimm den Hut. Nimm den Hut. Nimm den Hut.